Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Survival-Format in TheLongDark. Ja, der Schneesturm ist draußen wieder ausgebrocken und das heißt auch nur, wir müssen glaube ich erstmal warten bis der Schneesturm vorüber ist, was echt scheiße ist. Und zwar sind wir ausgeruht, aber wir müssen jetzt, oh nein, wir müssen müde genug sein. Wir müssen jetzt so lange hier rumdümpeln bis wir entweder etwas müder geworden sind oder Schneesturm vorbeigezogen ist, weil Schneesturm ist immer so viel kälter. Ja, schöpfen wir noch etwas Wasser ab. 34 Kilo, 4 Kilo, also Tragwert, 5 Kilo, fast. Ja, was machen wir denn derzeit, ne? Was machen wir? Ich habe keine Spieler, die haben wir nicht aufges embelt. Oh, meine Schuhladung haben wir noch nicht durchsett. Alles war's für einen Stoff. Ich meine, wir regenerieren wieder. Wir haben wieder über die Hälfte des Lebens. Das ist verdammt großartig. Aber es nützt uns das, wenn draußen Schneestoff des Fackes. Ja, was nützt uns das? Mann, ey. So dunkel, ich würde mich rantasten. Quatsch, hier ist doch... Ja, ja. So, wir machen erstmal Licht, damit wir es sehen können. Er regt uns ja nichts, wenn wir nichts sehen können. Perfekt, einfach reingeschmissen. So muss es sein. Oh, das hat nicht geklappt. Komm, das muss klappen. Das muss klappen. Das hat schon wieder nicht geklappt. Ach, komm. Komm, die Lupe? Na, die Lupe würden es jetzt nicht wirklich was bringen. Bücher erhöhen unsere Erfolgschance, wenn wir die Bücher zum Verbrennen. Natürlich. Wenn das besser ist als Holz, natürlich ist das besser als Holz. So, da können wir wenigstens etwas... Na, ja. Wir sehen nicht wirklich... Komm, wir machen noch etwas Wasser. Wir machen etwas Wasser. Ja, und hier können wir einfach zwei Liter Wasser reinmachen. Eine Stunde dauert das. Ja, das ist ja auch eine Stunde bis... Ah, das ist drauf jetzt. Das ist jetzt einfach drauf. Das ist jetzt einfach drauf. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch ein bisschen besser, weil YouTube macht ja an sich etwas dunkler alles. Ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach aus. Das sieht jetzt ein bisschen komisch, künstlich hell aus. Die Dunkelheit. Ich kann ja auch das mit dem Gamma wieder zurück machen. Aber... Ich denke mal, das ist okay so, oder? Für Long Dark ist das okay so. Oh, dann nehme ich erst mal zurück. Ich kann es erst mal so zurücknehmen. Also, ich hoffe, das ist wirklich nicht schlecht. Ich nehme jetzt nochmal Streichhölzer. Dann gehen wir hoch und schlafen nochmal eine Stunde. Oder zwei. Na ja, eine Stunde erst mal. Nein, hier ist wieder mal nicht der Schlaf. Nein, hier ist... Nein, hier ist... Fuck. Hallo? Der Schneesturm hat noch nicht aufgehört. Traurig, weil so lange wie der Schneesturm, denke ich mal, hier wütet. So lange sind wir hier eingesperrt, leider. Wo ist die fucking Küche? Ich kenne mich hier immer noch nicht aus. Wie ist das hier? Unsicher. Ach so, scheiße. Ist noch nicht... Ist noch nicht fertig. Der Tee. Oder, ne, Wasser, 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 Wasser. Der kennt hier mehr. Komm mal auf. Na, komm. Danke. Eine Stunde müssen wir im Siedepunkt werden. Wir müssen noch eine Stunde warten. Ich kotze. Daher wird es nicht wirklich so schön. So. Ja, wir müssen hier so lange aushauen, denke ich. Oder wir gehen noch mal nach oben und schlafen noch mal eine Stunde. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Nein, nein, ins Bett, ja. Mal schlafen eine Stunde. Langsam wird es etwas heller. Also, ich hoffe, ihr könnt auf YouTube was sehen. Wie gesagt, YouTube macht noch alles etwas dunkler. Ich knall bei den Filter wieder rein, damit ihr was sehen könnt. Wir können mal etwas höher stellen. Ich hoffe, ihr könnt dadurch etwas besser sehen. Hoffe ich wirklich. So. Wir haben ja alles aus der Toilette rausgezogen. Also, das ist etwas heller. Wir können quasi rausgehen. Das Problem ist bloß der Schneesturm, aber wir können trotzdem erstmal wieder rausgehen. Und jetzt noch mal Wasser tragen, ne? Ne, haben wir ja schon durchsucht, so. 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 Wenigstens. Wenigstens. Gamma-Filter wieder runterstellen. Wenigstens. So. Wenigstens können wir wieder was sehen. Sehr gut. Kommt drauf. Mitnehmen. Ja. So. Und wir wagen. Also, wir wissen ja, wie es wieder zurückgeht. Hoffentlich verirren wir uns nicht, aber wir wagen es einfach mal raus in den Schneesturm. Wenn Leute übrigens dieses Let's Play und Survival Play gerne gucken, wenn es wirklich Leute gibt, die gucken das gerne, vollständig die Folge. Wäre natürlich eine große Ehre für mich. Dann, ähm, schreib ruhig in die Kommentare, ob es okay ist, dass ich so viel rede. Oder, uff, das gibt so viel, dass das Glashaus schützt uns ein bisschen vor der Kälte, aber das ist ja unbeschreiblich. Guckt euch den Schneesturm an, man kann ja nicht weit gucken. Äh, ich wollte sagen, wenn ihr, wenn ich für euch zu viel rede, dann sagt es ruhig. Sagt es ruhig. Und... Metallkanüsse kann Brennstoff für Öllampen enthalten, das ist sehr gut. Jetzt haben wir so ein fritzes Gepäck. Äh, sagt es ruhig, wenn ich zu viel rede und dann versuche ich vielleicht aufhören, ein bisschen zu viel zu labern hier. Ein Versuch, ein Versuch. Ich gucke mich in der Gegend mal etwas um. Hier ist ja so ein Silo. Ich will mal gucken, was dieses Silo uns vielleicht bringt. Oh, nichts so wie es aussieht. Ist nicht schlimm, wir gucken uns hier etwas um. Können wir uns hier drinnen wieder direkt wieder aufwärmen. Mal gucken, ob wir überhaupt wieder zurückfinden. Wir haben mal einen Silo hier kommen. Und Tau ist es hier. Ja, es ist kalt. Ich weiß. Das ist dumm. Das ist dumm, jetzt hier raus zu gehen. Oder hier draußen zu bleiben. Scheiße, da müssen wir ja jetzt so lange warten. Wir erfrieren, wenn wir jetzt aber rausgehen. Wir erfrieren. Ich meine, verdammt gut, weil wir haben es bis jetzt geschafft. Wir haben es bis jetzt geschafft, so viel uns Kleidung anzuziehen und zu finden, dass wir jetzt an sich hier, hier in dem, wie nennt man das, in der Vorgasse hier, in dem Haus, dass wir an die Wärme gewinnen, dass es wärmer wird. Aber wenn wir jetzt hier rausgehen, nee, das wird nichts. Also ich kann nur abwarten. Ich kann nur mal reingehen, ein, zwei, zwei Stunden schlafen, aber ich kann nur abwarten, bis der Schneesturm vorüber ist. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Mehr kann man nicht machen. Man erfriert ja eiskalt, wenn man rausgeht. Das ist ja ein, zwei Stunden schlafen, aber ich kann nur abwarten. Die schlafen jetzt immer eine Stunde. Der Schneesturm ist noch da. Scheiße, wir sind hier so lange gefahren, bis der Schneesturm weg ist, ne? Komm, ein Versuch noch. Verdammt. Uns geht das hervorragend. Das Problem ist einfach der Schneesturm. Das ist einfach unser nächstes Problem, was uns plagt. Oh, das haben wir noch gar nicht durchsucht. Oh, easy. Sehr gut. Sonst irgendwas noch vergessen. Haben wir zwei Paar Socken eigentlich an? Ja. Also, ich kann jetzt hier nochmal einen Cut machen. Und das so lange, so weit abwarten, bis der Schneesturm vorüber ist. Und dann quasi... Oh, das Gewerben bin ich mitgenommen. Wie blöd bin ich denn? Ja, die haben wir schon. Die haben wir schon. Wir haben auch noch nicht alles durchsucht. Das Paket ist mir zu schwer, um zu kümmern. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ja, wir tragen zu viel. Das Ding ist, ich kann jetzt hier quasi erstmal abwarten und weiterlaufen, wenn der Schnee schon vorüber ist und so lange werde ich abwarten. Dann, ähm, sag ich mal. Äh, oder wir setzen uns hin. Weißt du, was wir setzen uns hin? So. Ne, dann bis später, ne? So. Der Schneesturm ist endlich vorüber. Und es ist zum Glück noch hell, es ist zum Glück noch hell. Ich habe echt Angst gehabt, dass es wieder Nacht ist. Wir gehen jetzt raus und versuchen unser Glück. Wir gehen einfach, wir ziehen auch einfach weiter. Wir gehen auch nicht mehr zurück zum Bauernhof, würde ich sagen. Wir ziehen einfach weiter. Unterkühlung ist die schnellste Art, auf großer Bär zu sterben. Großer Bär heißt, äh, heißer Berg. Oder das Gebirge. Und ja, das stimmt wohl. So. Das sieht okay aus. Damit kann man arbeiten. Die Frage, in welche, aus welcher Richtung sind wir jetzt hergekommen? Silo? Da. Wir sind vom Silo hergekommen. Das heißt, wir müssen da weiter hinziehen. Wir können da nicht rennen, weil wir haben zu viel Scheiße rum. Da. Wir haben zu viel Scheiße. In unserem Inventar. Und wie lange sind leider über 10 Kilo überladen. Mal was probieren. Ah, ich hab null Kugeln. Nachladen. Wir haben keine Kugeln. Bringt uns nichts. Noch nicht. Sehr gut. Müsli-Riegel. Direkt alles essen, weil wir haben Hunger und sind überladen und mehr können wir nicht tragen. So. Hat aber nicht viel an unser Gepäck genützt. Wir können immer noch nur sehr langsam laufen. Da hinten ist eine kleine Hütte. Aber ich will nicht wieder zurückgehen zum Wolf. Das wäre richtig fatal. Da ist was zu knabbern, was zu essen. Aber wir haben nichts. Steine und damit können wir nur Hasen erstmal erschlagen, sodass wir sie uns greifen können. Was hat das? Waren vorher? Ohne Mist waren vorher? Ah, ich glaub ja. Diese Bäume da. Was bringen die Bäume? Die Bäume sind ja offensichtlich geplant gepflanzt worden. Ah, das ist wahrscheinlich eine Apfel-Apfel-Aprikosen-Plantage-Irgendwas. Und natürlich sind die Bäume alle in Winter-Modus. Das war wahrscheinlich mal eine richtige Plantage und dann ist hier Winter ausgebrochen. Wir sind einfach so überladen. Wir können doch nicht mal rennen. Wir können nichts mehr machen. Ich meine, ich könnte alles, was ich nicht brauche, vielleicht einen Stoff umwandeln. Vielleicht verdienen wir dadurch ein Gepäck. Aber ich glaube, es ist eher weniger. Da ist ein Hase. Da ist mehr Rasen. Nicht von mir weghoppeln. Mist. Das Problem ist, ich habe zu viel Gepäck. Das Trinken, das brauchen wir. Aber die Waffe brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Ja, das ist dumm, jetzt die Waffe wegzuschmeißen. Aber wir brauchen das jetzt erstmal nicht. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht doppelt. Aber wir können, wir können etwas rennen. Wieder. Scheiße. Kleines Häuschen, in der Tat. Können wir uns wieder ausruhen. Mann. Komm her, kleines Häuschen. Scheiße. Ich bin so schlecht in dem Spiel im Ziel. Ja. Oh Gott, nicht crouchen. Einfach nehmen. So. Tut mir leid. Mö. So, ein Hase. Ein Hase. Jetzt noch zu sammeln, wäre jetzt wahrscheinlich Traum. Ja, so Traum. Da hätten wir noch ein Auto. Können wir gleich noch durchsuchen. Und dann werden wir uns wieder in diesem Haus hier auf. Zweige vielleicht sammeln. Ja, wenn es schnell raus ist, dann kann ich mir das 10 sparen. Das Schießen. Super. Es kommt zu mir. Och, komm, schlechter geht's ja aber gar nicht mehr. Es wird immer kälter, ich weiß. Yes. Tut mir so leid. So leid. Ich kann nicht rennen. Das Kaninchen... Jep. Das Kaninchen war der Auslöser, dass wir jetzt wieder zu schwer sind. Aber es macht nichts. Wir machen was zu essen, dann werden wir wahrscheinlich wieder leichter. Da liegt das Gewehr rum. So, gibt es hier irgendwas? Nope. Wir gucken noch im Auto da hinten mal rein. Bevor wir komplett an Kälte verlieren. Okay. Ah, das ist so... Wir müssen jetzt so weit... Nee, warte, weißt du was? Wir gehen erstmal ins Haus. Wir laufen so langsam. Wir gehen erstmal ins Haus. Vorsicht vor Eissapfen. Im Winter immer gefährlich. Oh, das scheint wohl nur eine Scheune zu sein. Aber es sieht aus wie ein Haus. Wie ein Wohnhaus. Na ja, mal gucken. Es ist eine Scheune. Leider ist es eine Scheune und hier ist es kalt. Oh nein, wollen wir auch betonen. Ich denke, ich kann das nutzen. Ja, ein bisschen doof, ne? Komm, little fire. Perfekt. Man kann das auch nochmal garen. Sehr gut. Tee können wir nochmal garen. Okay, gut. Probieren wir einfach mal. Also vielleicht ist es nur einfach nur Tee aufwärmen. Kann natürlich auch sein. Nein, nein. Ich kenne nicht Quelle. Und zwar... Oh, hier kommt die. Könnte ich gerade. So. Wir kommen. Und zwar. Oh, hier kommt es. Oh, hier kommt die. Oh, hierstick. sehr gut das ding ist ob jetzt habe ich ein bisschen zu viel aus Versehen reingehauen das ist mir liebbar nein 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 ich hab den Hasen fallen gelassen dreizehn Minuten auch dann muss man natürlich mehr reinhauen so zweite Kaninchen ausbreiten ok gut das ist fertig das ist auch locker fertig ach quatsch perfekt sehr gut wir können rennen wir können rennen wir können immer noch rennen das ist sehr gut gut ein kleines bisschen hunger daraufhin nochmal eine soda perfekt besser kann es eigentlich nicht laufen oder so ich würde mal sagen das war es jetzt wieder mit der folge ich werde kurz raus und reingehen um einfach nur zu speichern ansonsten wir sind es beim nächsten Mal ich werde jetzt die Aufnahme Session beenden beim nächsten Mal spielen wir auf jeden Fall weiter ich merke ungefähr wie weit wir oder wo wir gelaufen sind und ja dann sehen wir uns quasi bei den nächsten Folgen tschüss ne bei bei bis zum nächsten Mal Musik